Hallo, hier bin ich wieder, euer Cowgain Kingsnam mit Herz und Seele. Beratet euch euer Game Over vor. Heute im Video Single Frustück, leckeres Single Frustück. Für meine Fans und das Ganze im YouTube und allgemein kam schon mal die Frage, macht doch mal ein Frühstücksvideo. Ja, machen wir mal eins. Jeder hat vorbereitet, hat man den Heusen in die Reparatur, immer etwas trinken und Hedewaschen nicht vergessen, ihr Lieben. Nehmt eure Aufbackbrötchen. Dann braucht ihr euer Blech. Dann gebt eure Brötchen auf Backblech. Dann lege ich noch ein Brezel hinzu. Dann mache ich da eine Scheibe Käse drauf und auch ein Brötchen auch. Dann habe ich meinen Backofen auf 220 Grad vorgeheizt. Dann nehmen wir unsere Schale. Meine Platte mache ich aus Salami. Camembert. Habe noch ein paar Scheiben Schinken dazu gemacht. Lege ich für euch das Rezept auf ein Tischloch. Habe ich für euch das Rezept frisch auf den Tisch flachgelegt. Im frühen Morgen schon. Mein Kaffee trinke ich als mit Milch und Zucker. Ein leckeres Sängelfrühstück. Ja. Ich wünsche euch noch einen guten Morgen, ihr Lieben. Und einen entspannten Sonntag. Mhm. Man muss sich aber ein bisschen leben lassen und gut gehen lassen. Man hat ja nur dieses eine Leben. Jetzt abspeichern und auf jeden Fall nachmachen.